Willkommen zu der SIE 19 Uhr. Diese Folge haben wir eine verbale Konfrontation mit einer Pussy, finden noch das ein oder andere Secret auf der Map und bleiben uneingeschränkt friendly und verschenken ein bisschen Stuff. Take the rest of my money, man. Fuck off. Oh, thanks guys. Appreciate that. Hier ist ja echt einer drin. Ja. Dacht, das wärst du. Nein, was nicht? Ey, wir sind ja gerade besprechen, wo wir hinwollen. Dann kommt hier einer rein, oder was? Der kommt immer näher. Der kommt immer näher, Digger. Geh mal raus, bitte. Ich will auch aimen können. Ich schieße in deine Heimkommnisse, mir egal, ob es Bambi ist. Die haben es jetzt auch gehört. Nee, oder? Soll ich sprechen? Nein. Oh, oh. Pass auf, pass auf, pass auf. Der kommt gleich. Der hat mega den Vorteil hier, weil er uns zuerst zieht. Alter, bin ich angespannt. Was soll ich machen, Bro? Ich bin dafür, dass wir reden. Ja, versteck dich. Dann rede, komm. Hey, buddy. Hey, man. Hey, what's up? I'm just doing my thing, running around the city. Yeah, what's your thing? My thing, running around the city. I'm a runner. Yeah, so could you please just run away, please? Hey, you know, this is communist Russia. Everything is shared, so you don't own the building. Oh, yeah, I forgot about that. Everyone is building. Just come up if you want. I mean, we share your stuff. I mean, we share our stuff, of course. You got a gun? You need one. You want one. Oh, so you expect me to believe you're just gonna give me a gun, out of the kindness of your heart? Yes, we are just really kind people. So, where are you, by the way? Do you want to come up? Let's hope, dass wir nicht gleich rush, Digga. Das leckt übelst gerade. Are you on the roof? Der ist auf dem Dach, ne? Oder, der ist im Gebäude nebenan. Hier rechts ist noch eins daneben, oder? Ja. Ja, genau, das ist noch eins daneben. Ja, aber links nicht. Er ist da daneben. You can't speak anymore? Wait, what'd you say? Sorry about that. Er ist über uns. Are you on the roof, Tom? Ja, ist er. I am known to be kind of crafty, kind of slippery, kind of not... Ah, okay, okay, okay. Wahrscheinlich okay, okay, okay. Gar nicht das okay. Sollen wir uns sagen, willkommen zurück erstmal auch, oder? Willkommen zurück natürlich hier direkt. Ja, Leute, zu Daisy, 19 Uhr. Daisy, 19 Uhr hier am Sonntag. Einstieg mit einer doch leicht brenzligen. Donnerstag, tut mir leid. Situation natürlich, Donnerstag, bro. Das weiß man doch. Ja, wir hatten gerade Lage besprechen, was wir machen. Und auf einmal hörten wir Steps und Türen. Und das war doch ein bisschen creepy. I hear you boys pack in. By the way, where are you from? I am from Thailand. Oh, I love Thailand. Cool, man. Nice. I mean, I would, I would be willing to trade, but I'm afraid you guys are gonna murder We are no killers. We are no bastards, man. I want to believe you, but I don't. We can try it, buddy. Yeah, you could try it. Where are you now? Are you, uh, at the ladder? I'm all over the place. I'm in the walls. I'm in the trees. Please, I'm everywhere. Oh, Digger, bist du Ehre? Und? Uh, I can't see you. Der ist irgendwie... Ist der in der Wand drin, Junge? Nee, 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 der ist schon oben. Alter, das machen wir jetzt. So, uh, what's next? You still there? Dude, we can try it friendly, man. I want to be friendly, I want to be cool, but I don't believe you guys will be friendly. We will. We will. I have anxiety about you guys just murdering me. No, we are no killer. We played a real day, Z, not this KOS shit. Is it KOS, right? Are you still on the rooftop? You're calling me a coward. No. Okay, what? Have you said KOS? No. That's a pretty bad way to do business, I think not. Have I said that? Weiß ich nicht. Vielleicht hat der KOS mit Coward verwechselt. Listen, 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 listen. You guys seem like nice guys. We are, we are nice guys. But, you know, what you're gonna have to do for old, old, old me here, is you're gonna have to come on down them steps with your hands up, boys, and then we can start doing some business. No, that's not our intention. We are, no, we are too late, old, come on. What will you from us? We are not. You have no intention to do business. Can I come up without you killing me? Er geht einfach hoch. What about a yes or a no? I mean, you can, and I won't kill you. Look, I try to trust you, okay? Oh my god, I see you. I want to see you at least. Where are you? Is he still under us, ey? Alright, hold on, hold on. Give me one moment. Oh my god, that's so cringe. What are you doing right now? One moment, one moment. One moment. What do you need this moment for? You're so demanding and you do not need to know, Mr. I see it coming. What the fuck? Entweder macht er jetzt einen Relog oder holt seine Freunde oder bereitet eine Falle vor, Alter. Ich höre ihn aber überhaupt nicht mehr. Muss man irgendwas trinken? Gönne, ich kann alles im Blick. Nice. Ich sehe niemanden hier oben. Ich glaube nicht, dass er hier oben ist. Oh. So lieb. Perfektes Timing. Also, wir sind jetzt hier auf dem Weg zur Burg genau und den Typen, den Teil haben wir nicht mehr gefunden. Nee, den haben wir nicht mehr gefunden. Ich schätze mal, der hat sich ausgelockt. Und wir sind jetzt auf der... Ja, ja, ja. Glaube ich echt. Oder ist er einfach abgehauen? Man weiß es nicht. Naja, nee, wir haben keinen Schritt mehr gehört. Ich glaube, wir kriegt er da einfach... Neiße Community auf dem Server. Ja, wir vertrauen uns nicht, denn genau wir, die Vertrauens-Träger auf diesem Server... Oh mein Gott, warte, wir sind ja schon da. Ja, wir sind schon da. Das ist auf jeden Fall gefährlich, Bro. Du musst jetzt ein bisschen aufpassen. Hier, komm, das ist einfach hoch, oder? Was, 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 was? Ich dachte, das wäre ein Gegner. Ah, jetzt ist er zugemauert. Euer Ernst? Wie low ist das denn? Lass mal hier links den Turm abchecken. Also, warte mal, Miki. Hä? Das kam aber aus der Stadt, oder? Ja. Lass mal hier den Turm hoch, vielleicht kann man da schon mal ein bisschen spotten. Okay, lass mal den Turm hoch. Nice. Einfach blind hinterher rennen und in den Turm rein. Oh, ich hasse die Turm so sehr. Nein, alles gut, alles gut, alles gut. Ja, ich auch. Ja, hier, da wäre es schon... Wäre das jetzt unten passiert, ich wäre dead gewesen. Digga! Achso. Nichts, oder was? Nice. Oh, lol. Scout, oder was? Und Hunting Backpack, Digga. Wahrscheinlich, Digga. Die Scout ist erstmal nicht verkehrt. Und Hunting Backpack? Ja, obwohl die Mountain Backpacks hier haben, die sind eigentlich einen Tacken besser. Tja. Tja. Alles perfekt, ey. Und da ist jetzt die Burg, oder was? Ja, auf jeden Fall. Digga. Im Ernst? Ja, tot. Ist er am Eingang noch irgendwie, oder so? Haben von links, ich habe keine Ahnung. Scheiße. Pass auf, ich kriege mal ein bisschen da hin. Eigentlich sind wir hier ja safe. Also hier kann ja nichts passieren, eigentlich. Hast du irgendwas, was sehr wertvoll ist? Alle Waffen. AWM zum Beispiel. Wo sind diese Scheißburg jetzt, ey? Okay, ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen. Nightkrone. Was? Weißt du, wie weit? Ne, ich sehe die Stadt, aber ich sehe die Burg nicht. Okay, pass auf. Bist du auf der Map? Ja. Koordinaten sind CI 46. Ah, okay. Liebe Leute. Kleines Update. One-Shot in den Rucksack. Natürlich. Du bist immer One-Hit. Aber ist wirklich so, ne? Das ist jetzt nicht mal einfach so dahergesagt, sondern... Franz, ist einer, der rennt auf uns zu. Ja, ich sehe es. Hallo. Hallo, buddy. Na? Can you talk? Na, ihr? Komm hin, mein Freund. Komm hin, mein Freund. Kannst du auf Deutsch sprechen? Hi. Achso, ja, klar. Oh, nice, 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 nice. Ja. Na, der hat mich nämlich gerade oben weggeschossen. Ich wusste nicht, dass ihr... Achso. Das war es nicht besonders vertrauenserwecken, muss ich sagen. Kommt man irgendwie in die Burg rein, eigentlich? Ich glaube nicht. Alle Eingänge müssen, glaube ich, zusagen. Ah, okay. Schade. Und Restart ist auch in fünf Minuten, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut, oder? Da machen wir definitiv einen Cut, Bro. Ja, auf jeden Fall, Mann. Jo. So. Kleines Update, meinst du? Natürlich. Nachs zu eurer Restart, Leute, geht's hier frisch und munter in hellen Tageslicht. Wahrscheinlich hellen Tageslicht. Wahrscheinlich hellen Tageslicht. Weiter. Ja, also zwar nicht nur Restart, sondern die haben auch irgendwas geändert am Server und das hat dazu geführt, dass der ein paar Minuten, also ich glaube, zwei Stunden oder so da... Alter, guck mal. Hier ist eine Schlucht. Oh, Junge, pass auf, ey. Ey, ganz ehrlich, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ne? Ich dachte, könnte man halt so easy hinter... Ich auch. Ich wäre doch nie mehr online gekommen. Also, wenn du jetzt da runtergefallen wärst, ich schwörst, ich wäre offline gegangen, hätte die installiert. Ach, das ist ja richtig eine Festung hier. Ja, da kommst du... Obwohl, da kommst du... Ne, da kommst du nicht rein. Guck mal, alles ist zugemauert. Lächerlich. Oder? Lächerlich. Ne, keine Chance. Dann können wir mal das Offensichtliche ausprobieren hier. Oh Gott. Nicht, dass da irgendwo Stacheldrähte oder so. Alles gleich. Aber das Ding ist, hier sind wirklich nur Basen, man. Jeder hat schon sein Grundstück eingenommen, so. Man kommt nirgends mehr rein, ne? Ja. Ja. Ist alles zuge... Wahrscheinlich zugemauert. Zu gekleistert. Ja, zu gekleistert wohl, ja. Aber, aber guck mal, ich finde, wir könnten... Oh, hier ist doch schon Ende, oder? Ende Gelände, Alter, ja. Kann man hier hochjumpen vielleicht? Ne. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ne, oder? LoL, es geht halt einfach, ne? Wieso geht das? Wo bist du? Ich bin durch die Mauer glitch, pass auf. Pass auf, nein. Oh Gott. Da kann man einfach durchlaufen? Ne. Da kann man einfach durchlaufen. What? Oh mein Gott. Da kann man einfach durchlaufen, Alter. Oh mein Gott, das Game. Hä? Okay, gut, da kann das Game jetzt auch nichts für. Ich glaube, das ist dann eher der Map-Designer. Ja, das ist einfach... Ich schätze mal, das ist dieses Mauerteil, ne? Ja, ja, ja. Da kollidiert man halt einfach nicht mit. Falls du Map-Entwickler bist und auf diesem Server bist, korrigier das doch bitte. Fix das doch einfach mal, bitte. Ach so. Ja, ich müsste irgendwie suchen, bis sind die Spieler, oder? Wir suchen ein bisschen die Spieler, wir hören die Schüsse ja da hinten. Was ist denn das für eine Richtung? Black Market? Weiß ich nicht, könnte sein, oder? Oder Military könnte auch sein, ne? Ja, wir gucken einfach, oder? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Richtung, Bro. Und in dem Sinne... Nice, perfekt, perfekt. Jo, kleines Update. Yeah, Leute. Und zwar wurden wir gerade, ja, irgendwoher weggesnipert, als wir durch den Wald liefen. Ganz harmlos. Ja, genau. Und, ja, müssen jetzt wieder ein bisschen looten und haben jetzt hier unten nochmal sowas gefunden. Aber, warte mal, kommt man da überhaupt hin? Ne, kommt man nicht. Doch, kommt man, muss bis zu links, nach zur Seite sliden. Ah, ja, ja, mit sliden geht's. Wie tief das hier runter geht. Wo geht das hin? Ja, wir wurden natürlich wieder weggeschossen, da haben sich zwei Typen natürlich gedacht, ach, ich hock mal den ganzen Tag in meiner Freizeit in der Tanne drin. In der Tanne, er ist echt übel, ne? Bis irgendwelche Idioten vorbeikommen. Und die sind in der Base, Alter, kommen wir nicht weiter. Mein Gott. Nice, perfekt, Digga. Können Sie bitte still standen? Wo ist er? Bei mir, bei mir, vor mir. Bandit, you. Hast du ihn getroffen? Ja. Yo, bandit, you, man. Um, please, don't go any further. Okay. You're alone here? Where are you going? I'm alone, I'm alone, yeah. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Where are you from, buddy? Holland, oder? What do you mean, country? Yeah, country. UK. Oh, nice, okay, alright. Okay, nice to meet you. Where are you going now? Traitor? Oh. Was ist denn da schönes für uns? Das ist eine gute Frage. Hätten wir eigentlich, äh... You're gonna bandage me. Okay, look, um, we really don't want to kill you, but... Can you just give us something? I mean, do you have food? Do you have ammo? I have no food, I have no ammo. Why do you have all these bags on you? What's inside? Can I connect? I'm gonna, I'm gonna bleed out, sir. Can I connect? No, 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 hey, buddy. Just wait, buddy, I bandage you. We really don't want to kill you. Buddy? Ja, oh, ja, toll. Toll, jetzt ist er gestorben, Mann. Oh, mein Gott, die Fälle. Oh, schau. Alter, what? Ist er schon dead? Er ist tot, er ist verblutet leider. Komm, nimm, nimm so ein Belt oder so, so ein Tactical Belt. Alter. What? Ich komm nicht klar gerade. Nimm die Fälle nur mit, oder? Ich glaub, das fett, ich weiß nicht, was das wert. Nee, komm, nimm dir so einen Rucksack irgendwie. Guck mal, wenn der das dabei hat, ich denk mal schon, dass das dann was wert ist, oder? Ich wollte ihn gerade verbinden, Bro. Ja, ich wollte eigentlich auch nicht, dass er jetzt einfach umkippt. So. So, liebe Leute, kleines Update. Wir sind, wie man sieht, zum Trailer zurückgegangen mit seinem Stuff, ne? Ja. Und wir sind jetzt eigentlich top-equipped, kann man sagen. Sind wir Asis, Bro, dass wir einfach seinen Stuff verkaufen? Ich muss sagen, jein. 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 Obwohl, nee, eigentlich nicht, denn zum einen, weiß ich nicht, der ist halt abgehauen und ist umgekippt und... Zum anderen ist gerade noch sein Maid vorbeigekommen und hat uns zusammengeschissen auf übelst arrogante Weise. Ja, aber wirklich. Und da dachten wir uns... Also wir haben eigentlich geplant, den Stuff zurückzugeben. Wir haben eigentlich geplant, den Stuff zurückzugeben, aber dann kam sein Freund und hat uns übelst arrogant runtergemacht. Ja, ja, was für Bastarde sind. Oh, gut, aber recht. Aber jetzt halt in so einem negativen Sinne und da muss ich sagen, hat er nicht recht. Ja, dann haben wir uns halt dazu entschieden, das alles zu behalten und für uns ein bisschen was auszugeben. Wir haben es auch versucht, ihm zu erklären so, aber er war fest davon überzeugt, dass wir die übelsten Motherfucker sind. Ja, und dementsprechend, Leute, sehen wir jetzt so aus, wie wir aussehen? Bro, ich würde sagen, um auf dieses negative Zwerge hier wegzukommen, habe ich noch einen Gag bereit, oder? Oh, shit. Ich auch. Oh ja, fang an, Bro. Okay. Okay, hier ein Witz für euch. Lass schon mal losgehen, oder? Nice. Achso. Nee, jetzt muss ich... Okay. Es sind zwei Zahnstocher im Wald. Kommt ein Igel vorbei, sagt der eine Zahnstocher zum anderen. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt. Oh nein. Lustig. Tony Baum. Tony Baum, mein Guter. Schöne Grüße gehen raus an dich, du epische Legende. Tony Baum? Tony Baum heißt er, der Gute. Nice. Natürlich auch direkt ein Name aus der Natur. Ich habe hier auch noch einen, Bro, von Leutnant Gustl. Grüße gehen schon mal raus hier für diesen Gag, Bro. Was macht ein arbeitsloser Schauspieler? Schauspielern? Nee, Bro. Ist eigentlich egal, denn spielt keine Rolle. Oh, shit. Ist der Dieb. Nice, richtig Dieb, oder? Ja, Dieb, der gab Dieb rein, mein Gier. Definitiv, Alter. Too deep to be true. Und damit würde ich sagen, Bro, nice, perfekt. Und dann legen die Grüße raus. Leutnant Gustl, habe ich doch gesagt. Alles klar, nice, perfekt, Digga. Wahrscheinlich, Digga. Wer ist er? Ist er safe? Ja, es ist Bambi. Meine Güte, erschreckt mich doch nicht so. Hey, Mann. Es ist ein Killing Sidesauer, ja. Okay. Es ist sad, es ist sad. Aber wir sind freundlich. Was ist, buddy? Okay. Cool, no, ich bin freundlich, too. Ich habe, wie ich gesagt habe, ich habe noch nie hier vorgebracht, so ich nicht wusste, was die Regeln waren. Ich weiß, was die Regeln waren. Oh, danke, Mann. Hey, warte, 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 das ist nicht alles. Nein, nicht das? Hier. Dann, warte, das auch. Es ist ein Night Vision. Oh, danke, Leute. Ich empfehle es. Oh, okay, du kannst es, die Batterie ist bereits inside. Du kannst es auf deinem Helmet und dann pressen L. Hier, wir gehen. Ja, aber nicht jetzt. Du wirst blöde. Ja, alles ist grün. Ja, danke, Leute. Ich empfehle das. Ich werde den Zufall-Zone-Trader anschauen. Ja, ihr auch, Leute. Ja, ihr braucht Essen? Nein, 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 nein. Ich... Was? Ich nehme alles, Mann. Ich nehme alles, Junge. Ich empfehle es, Leute. Ich bin wirklich. Ja, kein Problem, Mann. Ja, ich nehme etwas Ammo. Ich brauche es nicht mehr. Holy smokes, danke. Ja, ich nehme alles, Mann. 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 Oh, maybe you can sell it. 500. You guys look like you're pretty set up, so... Awesome. Ich empfehle es, Leute. Das wirklich hilft mir. Ja, kein Problem, Mann. Ja, das ist alles, Mann. Danke, Leute. Das ist das, Mann. Oh, das ist das Bayonet, als auch. Alter, ich werde es nicht. Ich werde es nicht. Was ist dein Name? Ich gehe bei Vegas. Vegas. All right, Vegas. Ich bin Daniel. Ich bin Lucy. Nice to meet you. A pleasure to meet you. Have a nice day, Mann. Goodbye. You too. Thank you. Goodbye, my friend. Ich glaube, der war gerade ein bisschen waff, ne? Ja. Der hat auch ein bisschen was anderes erwartet. Strand. Ja, ich sehe ihn. Ja. Was machen wir reden? Lasst reden, dann lasst abfangen, oder? Ja, let's go. Er ist alleine. Bist du nahe bei ihm? Ja, er bin ich, bin ich. Was macht er? Er zieht eine Waffe in der Hand, ne? Ja. Hallo. Hey, Mann. Hallo, was ist denn, Mann? Kannst du sprechen? Kannst du sprechen, buddy? Ich schicke deinen Namen, okay? Pat. Hey, Pat. Kannst du uns hören? Kannst du bitte jumpen, wenn du uns hören kannst? Okay, all right, nice. So, I guess you're friendly, right? Nice. Yeah, nice, buddy. Und jetzt... Oh, you need anything? Ich glaube, ihm ist kalt. Oh, you're cold, man. Er wollte gerade schwimmen. Don't go in the water. We wish you good luck on your journey, buddy. Goodbye. Stay friendly, my friend. Bye, bye. Okay. Okay, gut. Pat, kurze Begegnung gehabt hier. Oh, der hat auch kein Night Vision, oder? Oh, stimmt. Kann sein. Oh, das ist natürlich... Das ist natürlich hart für ihn. Das ist hart, ja. Das ist echt hart. Schritte und Stimmen, auf ihn zukommen. Na ja, gut. Nice, perfekt, würde ich sagen. Egal, zählen wir weiter, man. Einer, Bro, pass auf. Beim Gefängnis, sagst du? Kämpft gegen Zombies vor der Schiene, ja. Sollen wir runtergehen zu ihm? Können wir machen. Er hat eine Waffe in der Hand. Pass auf, der ist voll equipt. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, zu ihm zu gehen. Er ist anscheinend alleine. Ist am vierten Häuschen drin gerade. Machen wir. Gute Frage. Ist er da immer noch drin? Ja. Er hat keine Wurst an, oder was? Doch, hat er. Ah, der ist aber nicht ganz voll equipt. Lassen wir runtergehen, oder? Ich glaube, mit dem können wir mal reden. Ja, ja. Er fightet gerade, er fightet gerade. Jetzt können wir hingehen. Ist er in der Offiziersbaracke? Nein, nein, da außen, da außen, da außen, da außen. Okay, okay, okay. Hey, buddy, was geht? Hallo, hey, Mann. Hey, 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 hey. Was geht, was geht? Hinter dir, hinter dir. Danke. Oh, shit. Komm, hier. Nein, ich sollte mal nicht schießen, Junge. Wahrscheinlich, Junge. Wahrscheinlich, Junge. Lass mal hier in die Baracke rein. Let's go inside. Ja, müssen quatschen mit ihm hier, ne? Oh, mein Gott. Was machst du hier, Mann? Oh, Mann, it's dangerous. Ja, no problem, no problem. You can trust us. We are friendly. Oh, Slowmani, what's up, Mann? Already read you in the chat a few times. Yeah, cool. Where are you from? Just died in the airstrip, and I'm looking to get some loot again. You did zombies. Canada, though. Oh, nice. Oh, many zombies out there. You can put your arms down, by the way. No problem. Do you need anything specific? Not really, no. Nice, perfect, oder? Ja, dann gucken wir mal weiter. Okay, er opfert sich gerade. Wie, er opfert sich gerade? Er opfert sich gerade. Er opfert sich gerade? Das können wir nicht zulassen. Wir müssen ihm helfen, wir müssen ihm helfen, wir müssen ihm helfen. Wir sind die Gönner, ja. Er ist einfach rausgerannt. Wo ist er hin? Ich würde sagen, er ist hier in die Baracken gerannt oder so. Also, da würde ich zumindest hinrennen. Na, wir müssen jetzt kommen. Komm, lass die Zombies töten. Das kann ja nicht sein, dass er jetzt stirbt. Nee, das kann auch, das kann wirklich nicht sein. Wo ist er hin? Er ist weg. Er ist einfach weg. Hier ist er, hier ist er. You alright? Yeah, ich put like six of them in this barrack. Oh, nice, man. Good job. Der braucht keine Hilfe. Sick. Good job. Nice. Ah, you just want to loot here? Yeah, pretty much. That's all I'm really looking to do. Okay, okay. Well, we will move on now. Check out those buildings. And then, uh, move on from here. Oh, we haven't looted them, so... We'll probably find some stuff. Good luck, man. Good luck, my friend. Stay friendly, man. Ah, you too. Ja, da freut er sich. Ja. In der nächsten Folge haben wir wieder mehr Action und finden den wahrscheinlich tiefsten Ort in DayZ. In diesem Sinne, Abo natürlich nicht vergessen und bis zum nächsten Video.